Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Kirsti Ellis, 71, letzter TV-Auftritt beeindruckte die Zuschauer. Mehrere Monate kämpfte die US-Schauspielerin gegen den Krebs, doch heute gab es die traurige Gewissheit, Kirsti ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rolle in der Sitcom Cheers. Bei ihrer letzten Performance im TV war sie gar nicht sie selbst. Kirsti sang noch im April verkleidet bei The Masked Singer. Ich habe während meiner Karriere schon vieles gemacht, aber ich war noch nie im Zirkus, lachte Kirsti bei ihrer Enttarnung auf der The Masked Singer-Bühne. Wie Daily Mail berichtete, schlüpfte die Golden Globe-Gewinnerin im April dieses Jahres in der US-Version der Rateshow in die Rolle. Video und Share mit ihr Freund und Familie. Vielen Dank für die Video. Vielen Dank.